Ich frage, wonach haben sich die Menschen von der Wiege an in ihren Gebeten, Träumen und Qualen verzehrt? Danach, dass ihnen jemand ein für allemal sagt, worin das Glück besteht und sie mit einer Kette an dieses Glück anschmiedet. Ich halte es für meine Pflicht zu bezeugen, dass D503 der Erbauer der Integral krank und nicht in der Lage ist, seine Gefühle zu kontrollieren. Mein lieber Freund, du bist doch Mathematiker. Du bist sogar ein Philosoph der Mathematik. Nun also, nenne mir die letzte aller Zahlen. Freut euch, verehrte Nummern! Das Glück des einzigen Staates ist euer und wird es ewig sein! Bis zum nächsten Mal!